So, ich bin heute hier bei Smeet & Brett, die gerade für einen Anerkrook üben und ich gehe mal gucken, was die gerade so machen. Unseren Musikstil. Harmonisch, friedlich, laut, melodisch, kindgerecht. Ja, ganz gut. Wir sind jetzt das zweite Mal dabei. Und warum? Weil wir vor drei Jahren noch nicht mitgemacht haben. Wieso? Weil wir immer noch Bock auf Mucke haben. Immer noch. Hat sie nicht geändert seit letztem Mal? Nee. Hat's nicht. Jetzt sogar noch mehr. Wir waren so hier. Jetzt sind wir hier. Wow. So viel mehr Bock. So viel mehr Bock, so viel mehr besser. Ja, damit so viel Bock, ein bisschen besser. So. 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 So.